Dieses Dorf hat tausend Geheimnisse. Sieht kaum ein Schuss die Verletzung am Hinterkopf. Da läuft doch etwas. Es gibt Hinweise, dass jeder gegen die Mafios betrogen wird. Es ist tausend! Es gibt Energie! Doch wer Gerechtigkeit will... ...wirst doch auch wissen, was passiert ist. ...muss die Wahrheit ertragen können. Wir werden da nicht so schnell los. Der Sumpf liegt in Druck. Du musst jetzt Nervenpump. Das haben wir doch alles zusammen. Da läuft doch etwas. Das ist doch kein Zufall. Die finale Staffel der SRF Erfolgsserie. Was ist los? Wilder. Ab 4. Januar. SRF 1.